Hier mal drei nice Sneaker, die ihr für unter 150 Euro ganz easy bei normalen Stores kaufen könnt. Fangen wir an mit den Air Force One University Blue. Wirklich mega nicer Blauton und preislich liegt er nur zwischen 110 und 120 Euro. Als nächstes haben wir die Nike Dunk High Blue Chill. Eine echt gute Alternative zu den Lows und preislich liegt der zwischen 120 und 130 Euro. Ein Sneaker, der zu jedem Outfit geht, ist der Nike Dunk Low Stancel Swoosh. Außerdem eine sehr gute Alternative zu den Grey Fog Dunks und preislich liegt er nur bei 120 Euro. Alle Sneaker sind übrigens auch in meiner Video verlinkt, also checkt das gerne mal aus und macht das Plus weg.